Das war's, Schredder. Das endet hier. Wenn wir mit dir fertig sind, kannst du deine Rüstung mit einem Dosenöffner ablegen. Ihr verfluchten Mutanten glaubt, ihr habt noch eine Chance. Ihr seid noch dümmer, als ich dachte. Ha, das höre ich immer wieder. Moment, wie bitte? Versuch nicht von der Plattform zu fallen, Mikey. Heute Abend gibt es Schildkröten-Suppe. Ich bringe zu Ende, was ich vor so vielen Jahren begonnen habe. Ich bereite euch und dieser Scheußling-Rate ein Ende. Julien! 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 Davon könnte ich ein Dutzend essen. Mal dieses, was ich nicht mag. Ich werde euch zerquetschen. Ich werde euch zerquetschen. Ich werde euch zerquetschen.